So bekommt ihr alle vier Medaillons in Fortnite Season 2. Denn wie ihr wisst, wurden die Medaillons jetzt komplett umgeändert. Das erste Medaillon ist Zeus Aspekt der Geschwindigkeit. Und wie der Name schon vermuten lässt, steigert dieses Medaillon eure Sprintgeschwindigkeit. Zusätzlich neben dem Sprinten könnt ihr auch noch höher springen und ihr bekommt keinen Fallschaden. Vorausgesetzt ihr seid vor einem Sprung gesprintet. Hades Aspekt des Lebenraubs. Wenn ihr mit diesem Medaillon einen Spieler eliminiert, kommt ihr 50 Schild oder 50 Leben zurück. Das Medaillon Ares Aspekt des Kampfes erhöht euren Schaden mit Fernkampfwaffen. Cerberus Aspekt der Agilität. Durch den sogenannten Underworld Dash könnt ihr euch in kürzester Zeit mit höchster Geschwindigkeit nach vorne teleportieren. Man kann dreimal dashen und diese Dashes laden sich immer wieder auf.